Edward Hopper ist einer der großen Künstler der amerikanischen Malereigeschichte. Im Folgenden soll sein Werk Hotel by a Railroad exemplarisch beschrieben, analysiert und gedeutet werden, so wie es im Kunstunterricht in der Oberstufe üblich ist. Hotel by a Railroad ist ein 1952 vollendetes Gemälde des amerikanischen realistischen Malers und Grafikers Edward Hopper. Es befindet sich in der Sammlung des Harsan Museum and Sculpture Garden. Das Werk ist in Öl auf Leinwand gefertigt und misst ca. 102 x 80 cm. Zu sehen ist das Innere eines Hotelzimmers, in dem sich ein älteres Paar, sie in einem Sessel lesend, eher am geöffneten Fenster rauchend, aufhält. Der zentral in der Bildfläche positionierte Mann ist adrett gekleidet, in weißem Hemd und dunkler Anzugshose, mit passender Weste, er wirkt frisch gekämmt. Seine Körperhaltung ist bis zur Anspannung aufrecht und gerade. Sogar der, die nur noch kurze Zigarette halten, der Arm ist senkrecht parallel zum Körper. Der Betrachter vermutet in der durch den Körper verdeckten Hand den Aschenbecher. Im Raum links von ihm und damit am linken Bildrand sitzt eine offenbar gleichaltrige Frau in einem blauen, praktisch wirkenden Sessel und liest in einem in ihrem Schoß liegenden Buch. Sie ist, im Gegensatz zum Mann, nicht vollständig bekleidet, vielmehr sitzt sie lediglich im rosafarbenen Unterhemd dort, die Haare offen und die Frisur nicht gerichtet. Neben ihr, in der Ecke des Zimmers, von dem auch lediglich diese Ecke für den Betrachter sichtbar wird, steht eine hölzerne Kommode, auf der sich neben einer Karaffe mit aufgestülptem Wasserglas einige weitere Gegenstände ordentlich angerichtet finden. Über ihr ein Spiegel, der räumlich eigentümlich keinen weiteren Blick in den Raum öffnet. Kommode und Spiegel werden zur Rechten wiederum vom Mann angeschnitten, der seinen Blick aus dem von sauberen gelben Vorhängen gerahmten Fenster gerichtet zu haben scheint. Hinaus in das, was nach den Lichtverhältnissen eigentlich ein warmer, sonniger Tag sein mag. Draußen vor dem Fenster erkennt man eine der Fassade vorspringende Ecke des bedingt gepflegt wirkenden Hotelgebäudes mit einem identischen, wenn gleich mit geschlossenen Vorhängen und Gardinen versehenen Fenster. Der Blick öffnet sich von hier weiter auf vor dem Hotel verlaufende Bahnschienen, hinter denen ein weiteres dunkles und nur schematisch erkennbares Gebäude den Blick in die Raumtiefe verstellt. Dieses wohl einst prächtige viktorianische Haus steht in der Sonne etwas schäbig und möglicherweise verlassen. Die Fenster sind trotz der Hitze geschlossen, die Jalousien sind unordentlich auf verschiedene Höhen heruntergelassen, ein einladender Eingang ist nicht zu sehen. Auch gibt es keine Bäume oder Grünpflanzen, die den kahlen, toten Eindruck mildern könnten. Der Grund für den Verfall ist wohl besagte Eisenbahnstrecke. Sie durchschneidet den Raum unmittelbar vor dem Mietshaus auf unangenehme Weise und macht es unmöglich, sie zu ignorieren. Vielleicht bemerkt der Betrachter nun auch bei genauem Hinsehen, dass der Mann nicht hinaus in die Stadt, vielmehr auf die Spitze seiner abbrennenden Zigarette blickt. Der Bildaufbau von Hoppers Hotel by Railroad weist zunächst nur wenige offenkundige Regelmäßigkeiten wie Symmetrien, systemische Ordnung oder erkennbare symbolische, symbolhafte Kompositionsfiguren auf. Eine unmittelbare konstruktive Komposition wird also nicht sichtbar. Der am Fenster stehende Mann teilt als dunkle zentrale Figur das Bild senkrecht vom unteren Bildrand ausgehend in zwei horizontale Hälften. Der linke Vorhang setzt von oben leicht verschoben eine helle Ergänzung zur Vervollständigung dieser Bildflächenteilung in ein Innen- und ein Außen. Die hell-dunkel-Verteilung offenbart eine subtile Symmetrie im Bild mit Mann und Vorhang als Spiegelachse. Lichte und dunkle Flächen tarieren einander so aus. Diese symmetrische Balance findet sich auch im Paar Fenster und Spiegel wieder, die die Wirkung unterstützt. Die verschiedenen raumschaffenden Linien, sowohl reale als auch gedachte, erzeugen eine stille, subtile Dynamik. Die zahlreichen Diagonalen, gebrochen nur von wenigen statischen Senkrechten, konvergieren und verdichten sich in der linken Ecke des Raumes, lenken den Blick so in diesen Bereich. Dort ballen sich mit Frau, Sessel, Kommode, mit Utensilien, Spiegel und Mann die Bildgegenstände. Diese Verdichtung bindet zusammen mit dem warmen Rotbraun des Möbels vor kaltvioletter Wand zusätzlich die Betrachteraufmerksamkeit. Als optisches Gegengewicht wirkt, wieder angedeutet symmetrisch, die warmgelbe, sonnenbeschienene Fassade vor dem Fenster. Hopper konstruiert scheinbar eine Perspektive mit zwei Fluchtpunkten, die aber konstruktiv nicht sauber angelegt ist. Dies ist auch nicht nötig, der geschaffene Bildraum wirkt nichtsdestotrotz auf den ersten und zweiten Blick plausibel, innen wie außen. Eine konstruktiv einwandfreie Gestaltung würde in ihrer technischen Sterilität hier wohl der Bildwirkung eher abträglich sein. Weitere raumschaffende Mittel sind die deutliche Licht-Schatten-Modulation, Überschneidungen und Verdeckungen, aber auch Raumerweiterung durch Spiegel und Spiegelung, bei der aber die naturalistische Raumdarstellung gebrochen wird. Die Quantität von hellen und dunklen Flächen sowie kalten und warmen Farbflächen ist relativ ausgewogen. Diese sind aber in der Gesamtfläche und den beiden Bildhälften ungleichmäßig verteilt. Und scheinbare Symmetrien werden so subtil konterkariert. Auch die Farbflächen tragen zu dieser simultanen Symmetrieanlage und deren Bruch bei. Dem Gelb der Wandfläche vor dem Fenster stellt Hopper komplementär das gebrochene, nur leicht wahrnehmbare Blau-Violett der Tapete im Inneren gegenüber. Mit dem warmen Rotbraun der Kommode ringt das in der Sonne leuchtende Grün der draußen sichtbaren Jalousie. So erzeugt der subtile Komplementärkontrast eine kaum wahrnehmbare Spannung, die sich wie ein leises Grundrauschen über die Wahrnehmung des Betrachters legt und kaum merklich, aber nachhaltig ihre Wirkung entfaltet. Die für Hoppers Oeuvre charakteristische flächige Farbigkeit verleiht den Bildgegenständen nur geringe Stofflichkeit. Die Materialqualitäten werden nicht wirklich deutlich, so ist das Holz der Kommode nur als solches zu erahnen. Hopper bemüht sich nur in Teilen um eine naturalistische Malweise, beispielsweise beim Inkarnat, also der Haut der dargestellten Personen, und bei den textilen Oberflächen. Er verlässt sich stattdessen vorrangig auf die gedankliche Ergänzung durch den Betrachter, verzichtet auf zu plausible valoristische Farbmodulationen, also lokal gegen Erscheinungsfarbe, und auf eine eindeutige Stofflichkeit zugunsten einer sanft-koloristischen Detailreduktion und der damit einhergehenden Verallgemeinerung und Anonymisierung von Objekten. Das vage, unspezifische wird so zur Methode, fordert den Betrachter zur aktiven Mitarbeit und Auseinandersetzung auf. Hoppers stellenweise beinahe technisch steril wirkender Duktus in Verbindung mit scheinbar konstruierter Räumlichkeit und planer Flächenabbildung lassen in der geschaffenen Welt und deren Wahrnehmung kaum merkliche Brüche und Risse in der zunächst empfundenen Ruhe und Ausgewogenheit entstehen. Je länger das Bild auf den Betrachter wirkt, desto unbehaglicher wirkt es. Irgendetwas scheint aus den Fugen, aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Der britische Kunstkritiker Timothy J. Clarke bemerkte in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, Hoppers Bilder zeigten die einsamen und verwundbaren im Angesicht der Grausamkeit eines modernen urbanen Lebens. Die Aussage Clarks findet sich durchaus in Hoppers Werk Hotel by Railroad gespiegelt, ist doch auch hier das Individuum im Spannungsfeld der Beziehung zu anderen Menschen und der unmittelbaren Umgebung dem Raum thematisiert. Die dargestellte Szene, ein älteres Paar in einem trotz offenkundiger Ordnung und Sauberkeit als wenig anheimelnd empfundenen Hotelzimmer, wirkt auf den Betrachter nur wenig entspannt, kaum harmonisch. Es scheint nicht so, als seien die beiden gerade erst angekommen. Sie ist schon oder noch weitgehend entkleidet, hat Zeit zu lesen, ist ein wenig in den Sessel gesunken, ihr Haupt ist gesenkt. Konversation findet nicht statt, das Paar scheint diese aber auch nicht besonders anzustreben. Der Mann, leicht von der Frau ab und dem Fenster zugewandt, schaut hinaus in die offenkundig urbane Landschaft draußen vor dem Fenster. Er lässt dabei, keine Gemütsregungen erkennen wirkt, eher Gedanken verloren. Die Situation wirkt den beiden bekannt, scheint eingespielt, allzu oft wiederholt, vertraut jenseits eines Miteinander-Vertraut-Seins. Wer also sind diese beiden? Ein heimliches Liebespaar, das sich in einem Hotel für eine Amour-Fou trifft und vor der Welt verbirgt? Wohl kaum. Vielmehr legt das zu schaugetragene Desinteresse aneinander nahe, es handelte sich um Eheleute, die sich zwar physisch im selben Raum befinden, sich jedoch gedanklich und emotional weit voneinander entfernt haben. Vielleicht ist er ein Handlungsreisender, der in Begleitung seiner Frau durch die Hotels der USA ziehen muss, um einen gemeinsamen Lebensunterhalt zu verdienen. Zu Hause in fremden Zimmern, Betten, Städten, die immer wieder von der Bahnhofsseite betreten werden. Gerade raucht er seine letzte Zigarette, bevor er dort hinaus muss. Die Welt vor dem Fenster indes scheint, trotz Sonne und blauem Himmel, nicht gerade einladend, wirkt kalt, steril, anonym und gesichtslos. Vielleicht träumt er, angesichts der vor dem Fenster verlaufenden Bahnschienen, sogar von der Ferne, von einem Ausbrechen, einem Hinausziehen in die Welt. Allein die suggerierte Enge der Bebauung öffnet hier nicht gerade Perspektiven. Er wirkt also unschlüssig, was zu tun ist, steht stocksteif da, schaut auf seine Zigarette und die Welt. Mit der anwesenden Frau scheint er keine Kommunikation zu wünschen. Ebenso wenig bereit für einen Aufbruch erscheint eben diese Frau. Ihre spärliche Bekleidung legt zumindest nahe, dass kein Besuch erwartet wird, kein Hinausgehen in die Welt intendiert ist. Sie sitzt und liest. Somit wird das aus den Fugen geratene Zimmer zum düsteren Nichtort, der kein gemeinsames Leben bietet, die beiden nicht entkommen lässt, aber auch mit dem Leben vor dem hellen Fenster, das als Lichtstrahl hineinbricht, keine echten Alternativen bieten kann. Inwiefern kann dies nun, wie Timothy Clark meint, grausam sein? Die Stille, das Schweigen zwischen den beiden ist sicherlich kein schöner, erstrebenswerter Zustand. Die Entfremdung vom Partner macht den Menschen verletzlich, verwundbar, schwach. Personen, die so vieles teilen, die so viel voneinander wissen, verlieren das Interesse aneinander. Das Schmerzt trifft bis ins Mark, isoliert noch weiter voneinander, nimmt aber auch Perspektiven und macht Mut und Rat los. Isolation ist eine Form der Folter. In Gesellschaft anderer, vielleicht sogar geliebter oder ehemals geliebter Menschen, sich allein fühlen zu müssen, das ist seelische Grausamkeit. Die Frage von Schuld und Schuldigkeit an diesem Zustand ist unerheblich. Den Kampf ficht jedes Individuum mit sich selbst aus, oftmals unbemerkt oder ignoriert von der Umgebung, auch dies ein Merkmal der urbanen Gesellschaft. Genau dies thematisiert Hopper in seinem Werk, das in der dargestellten Szene von dieser verletzten Einsamkeit erzählt, subtil gestützt von der aus den Fugen geratenen und hintergründig spannungsgeladenen Komposition. Untertitelung des ZDF für funk, 2017